Herzlich Willkommen zurück zu Bravely Second Endlayer. Beim letzten Mal ist wirklich unfassbar was passiert. Der Kaiser ist durch den Zeitstrom gegangen mit der Päpstin und dem Kompass. Diese kleine, trickige Fee Anne hat den Mond verschwinden lassen mit Hilfe von Diamante den Baal. Und wir haben Anne besiegt. Jetzt schauen wir wie es weitergeht. Okay, wir können nichts machen hier. Wenn wir auf dem Stuhl des Kaisers sitzen will. Die Säule ist auch weg. Keine Ahnung was wir machen müssen. Komplett aufgeschmissen. Monster gibt es hier immer noch. Das Ganze ist dann im schwarz-weißen Modus jetzt halt hier. Rausrennen lohnt sich nicht. Das ist kompletter... Wir können aber mal eben uns ausruhen. Bravely Second. Der Mut ist nochmals zu versuchen. Das hat Magnolia letztes Mal schon gesagt. Und das ist wirklich ein Satz, den müsst ihr euch behalten. Den müsst ihr euch behalten im Hinterkopf. Ich glaube schon früher mal gesagt. Warte jetzt mal ab, der wird noch so eine Bedeutung haben. So, ich mache jetzt mal Teleportstein. Jetzt wird uns den ganzen Restweg hier sparen. Und direkt beim Schuberschiff sind. Und dann starten wir nochmal ein Szenario. my home it's gone it's gone Magnolia I know the feeling of losing your home but I just don't know what to say Oh Wait Am I the only one who feels something odd? I feel it too The wind isn't blowing And the waves and clouds are still It's as if Time has stopped Not quite But something's not right What in the world is happening? Ja Es ist jetzt wirklich so Wir haben keinen Ort wo wir hin können Und hier ist alles Die Zeit steht still Keiner Wir wissen nicht was zu tun ist Wir haben keinen Anlaufpunkt Wir können hier rumfliegen Wie wir lustig sind Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr was wir machen müssen Das erste was mir eingefallen ist jetzt gerade Dass wir zu Norsen gehen Weil der noch Ahnung hat Campus Mal gucken Ach siehst du das Szenario Oh ok Es ist wirklich so Wir sind in Zeit So Es war After all About the moon Creating night from day Huh? You mean It's not that the moon Comes out Because it's night But The other way around? I thought it was Just a fairy tale But But No The moon Truly did Shape time Curse it all We had the Kaiser Right there And we let him get away In the end We chased him all over the world But never got the chance to fight him Not once Und hier muss ich ganz kurz unterbrechen den Dialog Das war der Moment Also du kannst ja davon ausgehen von Part 1 bis jetzt war es so ein bisschen Ich weiß es ist ein RPG Das ist ganz normal das läuft halt so ab und so und so Und das hier Das hier ist der Moment Der dieses Spiel so unfassbar episch und einzigartig macht Denn jetzt wendet sich Yu An den Spieler Und zwingt ihn etwas zu tun Was man eigentlich niemals machen würde Und was jetzt in den nächsten Minuten passiert Ist so gigantisch Das gibt es Ich habe es noch nie in einem anderen Spiel so Toll So genial Umgesetzt erlebt wie hier Jetzt lehnt euch einfach zurück und genießt diese Augenblicke des Spiels Die wirklich alles auf den Kopf stellen werden Eine mondlose Welt Der Mond ist weg Der Mond ist vom Himmel verschwunden und der Wiederaufbau ist zum Erliegen gekommen Begleiter Alter ihr fehlt ebenfalls So dass Yu keine weiteren Einträge in seinem Bestiarium vornehmen kann Wo ist Agnes? Agnes ist vom Kaiser in eine andere Dimension entführt worden Daher kann sie dir nicht helfen Befrage die Bewohner Vielleicht haben sie hilfreiche Informationen Die Option Die Option Neues Spiel Plus wurde freigeschaltet Um darauf zuzugreifen musst du zuerst speichern Er will wirklich Er will zurück in den Anfang gebracht werden Was es auch immer das bedeutet Keine Ahnung Wir wissen es nicht Was mir zuerst einfällt ist dass ich mit Norton einfach mal rede Der hat ja Ahnung Ich mache das jetzt einfach nochmal so Ich weiß ja nicht was man machen muss Ne 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 Ach stopp Huh Kommen wir zu dem hin Er ist gar nicht da Na gut So wie ich das meine Was willst du denn Weißt du was? Ich darf erinnern was der Professor mir einst sagte Wahre Verzweiflung findet sich in einem Findet sich in einem Mangel an Zukunft Die Welt die sich nicht verändert Wir nennen sie Endlayer Hat Luxemtag endlich diesen Endlayer erreicht? Ist alles vorbei? Gibt es von hier an keinen Ort mehr an den wir gehen können? Naja zum Beispiel Plus wurde freigeschaltet Ja Das wird einem jetzt glaube ich nach jedem Dialog Der irgendwas damit zu tun hat angezeigt Ja Du kannst jetzt hier in der Welt rumlaufen wie du lustig bist Es wird gar nichts mehr funktionieren Was wir jetzt wirklich machen müssen ist Bravely Seconds Speichern Und wir sehen schon Hier ist das Aufrufezeiget Wir müssen zum Titel zurück Bist du sicher dass du zum Titelbildschirm zurückkehren möchtest? Ja Und jetzt AR Video Ja das interessiert uns relativ wenig Aber wir können jetzt Was soll das denn? Was? Der ist automatisch dahin Was? Besuche die offizielle Website Oh mit der Maus Ihr habt mit der Maus gesehen Krass Okay So Und jetzt seht ihr es hat sich verändert Bravely Seconds Sam Player Wir Machen jetzt ein neues Spiel Plus Wähle einen Speicherplatz aus Wenn du eine vorhandene Speicherdatei überschreibst Kannst du die alten Daten nicht mehr zurückholen Es wird empfohlen einen unbenutzten Platz zu nehmen Warum? Interessiert doch keinen Wir nehmen den hier Sprecher dann existieren bereits Möchtest du sie überschreiben? Jo Bist du sicher? Nö Nein mach ich nicht Wir machen einfach das hier Speicher Vorgang Das System bitte nicht ausschalten Oder hätte ich doch das erste nehmen müssen Weil jetzt muss ich mir überlegen We meet at last Peace Harmony Order I deny your world And everything in it Stand down your holiness Unacceptable After untold years of strife and suffering The Crystal Orthodoxy And the Duchy of Eternia Have finally achieved our dream of peace We will not allow anyone to stand in our way Aren't we feisty Pope Agnes? But you see We had a dream of our own To call upon the realm's two greatest powers On this The day of your greatest triumph And crush you both in one satisfying swoop A declaration of war? So be it The Grand Marshal of Eternia Will strike you down where you stand Alternate To my side I'll hurt you Imposterous! Who? What are you, Feet? Those feeble blows won't even tickle my master Perhaps you don't realize who you're facing Bow down before he who will usher in a revolution His Imperial Majesty The Kaiser of Bolivian Pope Agnes Come and take your rightful place at my side With your power I shall deny this world Never In the name of the three cavaliers I shall defend her holiness with my life More courage than wits Very well, young knight I deny your courage with my own hand So Und jetzt Möchte ich eine ganz kurze kleine Rückblende in mein erstes Gameplay machen Ihr habt jetzt die Möglichkeit Einfach den Kampf zu machen hier Dann werdet ihr aber verlieren Und ihr spielt die komplette Story noch einmal neu Ihr seid auf Wir bleiben auf dem Level Idia und sowas Die dazukommen sind auch alle auf dem Level In dem sie das letzte Mal waren Und wir spielen die komplette Story Die wir in den letzten gefühlten 60 Parts schon gemacht haben Noch einmal nach Das habe ich das erste Mal sogar gemacht Bis zur Hälfte des Spiels Habe ich das noch einmal nachgespielt Weil irgendwann habe ich gemerkt Das kann noch nicht richtig sein Und dann überlegt man Weil ich sage Der Mut ist nochmals zu versuchen Und wir versuchen es ja jetzt gerade Wirklich ein zweites Mal Und das was ich komplett vergessen hatte war Dass man Wir haben das Stundenglas Und jetzt Ein Drücken des Startknopfes Bewirkt etwas Womit keiner Rechnet Und das werden wir jetzt mal In Angriff nehmen Bravely Second Bravely Second Bravely Second Bravely Second The courage to try again And even if we fail The things we learn Will be remembered In our flesh and blood And we'll be back Stronger than ever before That's what growing is all about We meet again Kaiser And this time We're not gonna let you get away You Who would deny the past And present Have no right To shape the future The future will be forged By those who accept The world they live in And still fight for change This Is our clue to gravy Curses Where did you come from From a future destroyed By despair But as long as our memories live Hope will never die A miracle has brought us back And we'll fight for what we believe in Time and time again Until our dreams Become reality You Are nothing I deny you all I deny you And this Mockery of a world We live in Ja und das ist wirklich Also Sorry Leute Aber das ist wirklich Zeigt mir ein Spiel Was eben so episch ist Wir haben die Story Jetzt wirklich komplett Auf den Kopf gestellt Wir sind zu dem Zeitpunkt Gekommen Wo die Pepsin entführt wurde Und wir können Und wir müssen Es jetzt verhindern Und stellen damit Den Storyverlauf Komplett auf den Haufen Und dann Wollen wir doch mal loslegen Es geht jetzt Gegen den Kaiser Nämlich provozieren Panzerknacker Endlich treten wir Den Kaiser So richtig In den Herschel Beschwörung Deos X Direkt den Nebel Darauf smashen Du mit deiner Astral-Magie Physische Kunst Auf you Und du Wirst erstmal Dick plündern Claymon Stohlen Nice Scharf Panzerknacker Edler Adler Volle Angriffsstärke Für alle Das ist natürlich Richtig krass Der hat uns jetzt 200% Angriffskraft gegeben Das ziemlich Crazy ist Default Sei es wahr Ja 3200 8000 Alter Der macht natürlich Auch Kärze Richtig Der Schaden Doppelt Dann machst du nochmal Watt Und zwar Glitzger Magnolia Muss jetzt Heilen Was ist Unser Problem Äh Lidgra Auf Tiss Und Tiss Seisra Richtig Schön An Damage Oh Das ist tot Nein Scheiße Das ist aber Uncool Jetzt Ich Auf die Fresse Krieg Trampeln Wird Immer noch Edler Adler Richtig krass Ähm Du kannst eigentlich nicht angreifen Magnolia kann ja mit Reißmagie Erzengel einsetzen Dann hören wir mal Tiss wieder Guten Tag Jawoll Gewonnen Wir haben die Geschichte verändert Und Unterstützungsfähigkeit Zeitsprung Gelernt Ein Übertreib Dankeschön Und Das Spiel ist Kiser Oblivion Ja, aber ich verstehe nicht. Warum hat er nicht? Sag mir, warum? Das ist er! Das ist der röge, der die Zeremonie hat! Er hat die Hand auf ihr Heiligkeit. Der Blaggard muss sich verletzt werden! Lock ihn in den Dungeons und weg die Klaue. Denny! Agnes! Wo bin ich? Du kam für mich! Woa! Agnes? Oh, Diz! Ich dachte, ich werde dich nicht wiedersehen. Ich warte, ich warte so lange. Ich bin sorry, Agnes. Wir versuchen hier zu kommen, aber... Du bist hier jetzt. Das ist alles, was wichtig. Willkommen zurück, Diz. Oh, Agnes! Wir waren so worried about you! Wir missen dich so, so viel! Und ich bin dich, Midia. Vielen Dank! Hey, nicht vergessen, dass ich mich! Und ich! Ich bin so froh, dass du sicher bist, Herr Heiliger! Vielen Dank, meine Freunde! Und ich bin so froh, dass du sicher bist, Herr Heiliger! Vater! Agnes! Du bist gut? Ich bin gut, aber... Midia, und Tisaurier, was du hier machst? Ja, vielleicht sollten wir beginnen mit dem Beginn. Es ist eine lange Reise, und es ist viel zu sagen. Wenn ich deine Geschichte höre, fühle mich so... ...familier. War es ein Traum? Oder war es wirklich... Deine Erinnerungen waren in der Zeitung, auch in der Zeitung. Ja, ich erinnere mich jetzt. Wir können es nicht so enden, immer wieder und immer wieder. Der Kaiser ist in Chains, dankst zu dir. Aber was ist das Empire? Sie sind noch da, Vater! Der Skyeholt noch fliegt, und der Ball schlägt within. Wir sind noch nicht in der Gefahr. Ja, die Orthodoxy und die Duchy müssen uns in den Fortschritten sein. Jetzt mehr als immer. Du bist richtig. Wir müssen die Ceremonie completeen, und bald. Es wird es geschafft. Die Christi und die Duchy von Eternia have waged battle. The origins of the struggle date to times long past, and the injustices perpetrated by the Orthodoxy against the Kingdom of Eternia. Countless years of strife between those who would rule the world and those who would resist. Years of suffering and sorrow that seemed as if they would never end. Yet here we stand today, ready to put war behind us, once and for all. No more hate. No more grudges. We close the book on the past and look to a future bright with promise. I was taken prisoner by the Kaiser. I was locked away in the skyhold, which houses a monstrous ball. The crystals ran amok, the moon vanished from the sky, and the world stood still. I was spirited away to the brink of space and time. And not just once, but over and over and over again. Time after time, the Kaiser stole from us our greatest triumph. Again and again, time was turned back only to lead to the same tragic end. Trapped in that endless cycle of despair, I forgot the meaning of hope. That despair became my true prison until I was rescued by four brave friends. You, Ginny Olja, of the Crystal Guard's three cavaliers. Your Holiness. Knight's captain of the Eternian Ducal Guard, Idia Lee. Here. Magnolia Arch, ball buster and emissary from the distant moon. We. And the miracle, Tis Aria, hero of Narende. Ma'am. The four of you saved me. No, saved our world from a terrible nightmare. You have our eternal gratitude. By your strength and courage, the villain behind those monstrous deeds is safely under lock and key. However, his followers remain at large. The Glance Empire and their skyhold loom above us, and they will stop at nothing to deny our world. But we will not let them. Followers of the Orthodoxy, citizens of the Duchy, people of the world. Let us stand as one against our common foe. Together, we will protect our world from those who would take it from us. This will be our coup de gravy. Thank you, Yu. Sir, we're under attack. The dungeon, Sir. They have the Kaiser. Imperial Scum? Call for reinforcements. We can't let them get away. Let's go, Yu. I'm right with you, Sir. No, no,. No, 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 it's not yours. Yeah, a little bit of development. haben denn alles was bisher geschehen ist passiert natürlich jetzt irgendwann auch mal wieder ja gibt es hier jetzt eigentlich nicht wo war denn der speicher hans da hör doch hier eine katze rum geht bloß nicht auf du hast den schlüssel für die schatztruhe erhalten ja der schlüssel für die schatztruhe ich könnte schlüssel für die schatztruhe meint in dem moment wir können jetzt die blauen schatztruhen öffnen cool ich finde den speicher hans hier nicht ich wollte eigentlich jetzt speichern mist ja ich will aber eigentlich speichern ach man der stand doch gerade hierbei kann ich bei euch speichern na gut leute dann wird es halt eine extra dicke super mega epische folge werden dann gehen wir halt los und gucken an wir kennen ja alle die begleiter des kaisers wer ihn befreien will ich hab schon zwei im kopf dann 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 Der Tirae Der Tirae Der Tirae Du wirklich nicht erinnerst, hast du? Dann lass mich auf deine Erinnerung Er war mein Vater Der Mann du hast Ja, das sollte dir helfen Er hat den Stahl des Zandes So, Jan Aber warum? Oh, Sir Ja, unsere zwei Houses auch zurück Aber es hat nichts zu tun mit einem Kind wie du Jetzt schreit This way, Sire Jan! Sir Nikolai! Du Huh Fancy meeting you like this Master you I would love to stay and celebrate the reunion But we prefer not to rot in a jail cell today Come back here Your Majesty Your Majesty To his side With all speed Hurrah Wait, Denny! Listen to me! You You You've shown us your Coup de Gravy But mine Is yet to come Even after all this You still want to deny everything? Yes It is my ardent wish And that of my companions You're just gonna run while your companions cast their lives away? Silence! Do not listen to him, Sire We gladly give our lives for the cause But I shall say it one last time For good measure Do not let our sacrifice be in vain Huh Flee Your Majesty Dark Vestal Bella Your Majesty's cause Is our cause That day When I stood weeping before the graves of my family You saved me The dream The vision you shared The heart I thought dead stirred within me My boundless grief My hatred of the orthodoxy My own sins against my sister Everything in this rotten, broken world Would be washed away Ha 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 Yes Fly! Your Majesty For my lady Bella Wishes it so Liege and vassal Shall meet the challenge of your foes We can't let you bring tragedy to the world again Let us through Never I would lay down a thousand lives To protect his majesty I will cut down any foe That stands against us For that is the ancient code Of the warrior Now if you be warriors Steal yourselves Lord and vassal Shall go out In a blaze of glory This is our ardent wish Your majesty Leave us And march on To victory If that is truly your wish Farewell my brave companions Jan, Nikolai, with me Go get them old man The pieces are on the board Now let the game of war Commence Come you Jenny Olja For the Kaiser Who accepted me and judged me not For Ku Who forgave his selfish mistress When she resurrected him in that monstrous form I fight for my companions And the future they would be And the future they would be Well 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 Und hat physisch angefangen 3 Züge mit Magie. Okay, das heißt, dass wir die Verwaltbilder haben. So. Kein Problem, bitte in der Zwischenzeit. Bella und Zucker und Choco. Nice. Äh, wir greifen Bella an. Schwarze Magie. Ich blitzke auf alle. Ähm, da ist Aloka. Ich versuche das jetzt einigermaßen schnell zu beenden. Was bist du mit? Du würdest mich schäuern, zu hören, meine Geschichte. So be es. Du solltest dir sagen. In der Jahr Eternia wurde geöffnet, auf einer Nacht, in Blatt. Meine Familie, meine Frau, wurde schlossen. Als ich senseless fell. Das letzte, was ich hörte, war ein schweig, schweig, schweig. Die Wälder brachte die Pläne, aber wir haben sie in die Stadt verbrannt. Heute, die Crest des Lionen standen stolz und stark. Die Geschichte wird uns erinnern. Für die große und noble deed wir haben heute getan. Die Crest des Lionen? Ja. Das gleiche Crest, das macht dich, auf deinem Kopf, in pride. Ich werde niemals vergessen. Never forgive. Die Crest des Lionen? Die Crest des Lionen? Die Crest des Lionen? Die Crest des Lionen? Wir können ja nicht einfach, auch wenn sie was mitgemacht hat, hier so tun, als wäre nix. Wir müssen die beiden vernichten. Die Dauerscheiben. Hat er noch seine alte Wand? Hat er noch seine alte Wand? Hat er noch oder nicht? Ja, ihn gucken. für mich hat er nicht gut, dann drauf aber dann hat er mir nicht zurückgebracht, insofern ich versuchte monstern Tens, Hunderts, Tausends nur einmal habe ich gelesen, in der zurückgebrachte eine menschliche Säule Ja, der wundervolle Warrior der Legenden, Kuh-Olen Ein Schatz gefunden, tief in die Vergangenheit Brought zurück von einem wundervoller Die Statue eines Krieges, ein Relik von einer älteren Zivilisation. Wiped out by a deadly plague. Sensing my bottomless sorrow. He responded. Da knackt auch keiner ein. Ich muss immer so reden, okay. Ah, dann kann ich nicht provozieren. Wo, wo. Ich sterbe mit ihr. Und zwar muss es so sein. Frau Bela brachte mich in dieser Krieg. Sie gab mir meine Bride als Krieger. Die Chance zu revel anew in der Clash of Steel. In return, ich glücklich schaffe meine Leben. Ja, ja. Die reden nicht so viel. Kann jetzt mal einer wegknicken? Das ist doch nicht. Jetzt quatschen die gleich nochmal hier. Och, ne, ne Mauer, Mensch. Okay, wieso scheinen wir für nichts auf Krügeln setzen? Und mit Bela und so lässt keiner drauf. Ich kann gerne einer von den beiden zusammenbrechen. Weil das ist gar kein Problem. Da bin ich nicht nachtragend. Und willige Zerstörung. Die läuft frech. Och mein Gott, ey. Die wollen auch nicht aufgeben, ne? So, greif an, greif an. Du kannst auch noch mal angehalten. Wo wir uns noch mal ankommen. Keiner sieht klar. Er bricht wohl zuerst zusammen. Corona kriegt auf jeden Fall deutlich mehr Schaden durch die Zauberheit. Aber Bela kriegt halt auch physischen Schaden. Nogen muss noch Boy. Followen. Ohliner Wohau. Oi, wie gefangen wir zu? Oliver eine Schaden. Oh ja, hold on. Ich verstehe, dass Sie sich für seine Rolle spielen, in seine Majestie zu spielen. Sie bedeutet, sich für seine cause zu sacrifice? Aber, mein Liebes, ich würde es, dass Sie leben! Bitte, mein Liebes, ich bitte nur das! Nein, Poholid! Ich werde Sie nicht verlassen, nicht hier. Ich werde sie verletzen, und wir werden zurück zum Skyeholt. Wir sind zusammen, wir sind zusammen, wir fallen zusammen, jetzt und für immer. Kuralin! Ha, wir haben auch beide gleichzeitig besiegt, dann sind wir gut. Tissman Level Up, Übertrank und Galgabolik, würde er auch mal erhalten. Dann machen wir noch etwas weiter. Ich werde noch immer leben. Warum hast du nicht geliebt, das Böden zu töten? Wir haben verloren! Bekommst deine Rechte! Es ist zu lang, um zu verletzen deine Schmerzen, mit Geräusch, jetzt! Ich weiß das, und ich versuche nicht, aber ich werde dir das sagen. Wenn wir jetzt zu töten, wäre es nicht anders, von den Menschen, die du so viel liebst. Ich will nicht die Fehler des Vergangenes des Vergangenes. Das ist alles. Schöne Kind. 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 Das war vielleicht schon vor unserem Zeitpunkt, aber als König der Kristallgäu, wir haben die Verantwortung. Wir müssen ihre Sprache nehmen und sehen, dass die Fehler des Vergangen sind nicht wiederholen. Und vor allem, ich möchte sie wissen, was der Pope Agnes steht. Wir sehen, dass die Orthodoxy kann und wird verändern. Aber Herr, wir können sie nicht riskieren. Ich werde gut sein. Pope Agnes! Mach so, wie er sagte. Dress ihre Wände und bringe sie zu mir. Ihre Heiligkeit! Ich habe das Recht. Ich habe das Recht, um zu hören. Nicht wie schuldig die Wahrheit ist, die Orthodoxy muss nicht eine blinde Augen auf die Gründe der Vergangenheit. Ich habe das Recht. Wenn der großartige Kommandär und die sehr noble Frau es so beherrschte, wir müssen nicht zu retten. Kommt, Frau Bela. Unsere Kaptele, zeigen uns die Geräusche und die Honour. Ein Krieger muss es akzeptieren. Aber wir brauchen Ihre Wände. Sehr gut. Aber du musst dir sagen, dass du nicht sie werden. Lass sie ihn rutsch! Oh, woher sie alle kamen? Um... Aber... Aber wie ist es... ...Donna? Bleib sie. Ich weiß, wie wichtig sie ist für dich. Ich bin. Ich bin. Und komm, ruhig. Das ist die große Pläge. Das war 20 Jahre. Das war die Tragedie, die mein Vater aus der Orthodoxy. Es wird nicht leicht sein, Agnes. Es wird nicht schwer sein. Ich bin bereit für das. Du. Wenn wir weitergehen, werden wir uns zu retten. Wenn wir weitergehen, werden wir schützen, dein Bruder zu kämpfen. Du. Du. Ich muss ihn verhören. Weil er mein Bruder ist. Okay. All das wir brauchen brauchen ist ein Plan von Attacken. Wir müssen gehen mit dem Vater sprechen. Wir müssen uns. Jetzt mehr als immer, all of Luxendark muss stehen als Ein. Und das ist wo wir stehen. Geist. Jeder Geist ist kein Bruder dieser Zeitmerkungen, mein Böden. Mein eigenes Wann und guides. Für das. Ich habe meine coveredgeleunstung. Uwe. Alle hier wissen, was du getan hast. Wir müssen wir wiederholen meinen Bruder. Der Geist. Wir müssen verpackieren. Wir müssen uns für alle. Der Geist muss sich auf jeden Fall gebrochen werden. Wir müssen als Ein. Run, und abzuhren diese terrible Zukunft. Die Stärken haben gesprochen. Jetzt ist die Zeit, um die Aktion zu machen. Wir machen es für unsere Kinder. Und unsere Kinder. Ihre Worte und Ihre Kraft haben uns alle. Der Empire bedeutet, dass die vier Krystalen aus der Kontrolle und die Heilige Pillar zu machen. Für das tun, sie brauchen Agnes. Keine Worte, sie kommen für sie. Say no more, we shall marschel the entirety of the Ducal forces in her defense. Sir! The forces of Eisenberg II vow to defend her holiness. Alright, the Kaiser won't get anywhere near her. Ikute, I know how we can capture the Skyhold. Now listen closely, everyone. What we're gonna do... Pure genius! I give it six stars! That will surely bring the Skyhold to its knees. Lotus, can you handle this? I thought you'd never ask. The Rubberdub is ready to set sail. Or should I say, fly? Lord Arima and Sakura remember you well. Together, we've been preparing for this day. I cannot thank you enough, my friends. Now, let's show the Empire what we're made of! But before you depart, I have something for each of you. That's your pendant! And it's in pieces! Yes, it happened in the fighting earlier. It is unfortunate. But let us make the most of it. Hmm? How so? The fragments are linked to one another. If we each take one, we'll be able to stay in touch. No matter how great the distance. You have malveloos! What a splendid idea, Agnes! That should do it. Now let's go and take back the compass! Right. We'll be back, Agnes. Be safe, my friends. You too, okay? Hey, you just watch us, your Holyness. This time, we won't let you down. I know. And I await the Cuda Gravy. You too, okay? Oh, Leute, der Part ist immer noch nicht zu Ende. Wie gesagt, mega extra. Also wir zwei Parten sind schon aneinander gehängt hier. Das ist Wahnsinn. Okay, wir machen nochmal das Partygespräch. Der alte Krieger 2. Denkst du auch, was ich denke über Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuhnen? Du meinst, dass er aussieht wie der Krieger in der Bibliothek deines Vaters? Genau, ich habe immer darüber nachgedacht, sogar schon damals. Selbst im Tagebuch aus meiner Kindheit. Da hast du schon vor allem in Urhalt den Krieger geschrieben? Genau, mein Vater wurde sehr wütend und schimpfte, als ich die Kopie der Statue zerbrach. Mein Bruder hat mir dann aber alles erklärt. Er sagte, mein Vater wäre die Statue lieber als alles andere. Er sagte, sie könnte Krankheiten und Wunden heilen. Er gab sie dem Hauptschrein der Kirche, aber ein paar Jahre später verschwand sie. Interessant. Einfach so? Ah, guck mal. So interessant, ne? Dann verschwand die einfach. Beziehungsweise dann wurde die... Entwindet. So, jetzt aber schnell weg hier. Ich muss speichern. Denn der Part dauert lang genug. Und wir haben wieder viel, viel, viel erlebt. Oder wir haben zwei Ausrufezeichen hier. Wir können nach draußen gehen oder an dem Wasser. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden. Das ist relativ Wurst. Das ist storytechnisch das Gleiche. Passiert nichts anderes. So. Aber man muss erstmal darauf kommen, dass man diese Aktion hier durchführen muss. So, und jetzt habe ich euch lang genug hier aufgehalten. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich muss jetzt erstmal ein Päuschen machen. Boah, es ist viel passiert. Bravity's the Clinch. Bis dann. Seht zu. Ciao. 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 Ciao.